Ja, in diesem Video wird der Supreme-Rang das zweite und letzte Mal in dieser Gewinnspielwoche verlost. Dieses Gewinnspiel ist wie immer nur für meine Community, es wurde von ByGodCall finanziert, also wirklich großes, großes Dank nochmal an dich. Was ihr dafür tun müsst, ist halt ganz einfach einen Kommentar schreiben, damit ich euch halt rausfindern kann. Im letzten Video hat übrigens er hier gewonnen, dein Premium solltest du auch eigentlich schon erhalten haben, also herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, und was ihr damit tun müsst, um jetzt den Supreme-Rang zu gewinnen, ist halt einfach nur einen Kommentar schreiben und das Video halt liken. Ähm, und ja, das war's auch, so einfach geht das, also einfach unten einen Kommentar schreiben. Natürlich ist es nur für meine Community, also ihr müsst auch abonniert sein, ähm, aber, ja. Ja, du kannst werfen, du würdest... Ja, aber die haben halt den Bässe, wenn man sie... EP, 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 EP. Ja, nein, 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 nein. Oh mein Gott, Alter. Ja, bitte weg. Was? Was? Oh mein Gott, das kommt, wer will stopp5, wer will stopp5, wer will stopp5. Ja, diese Woche wurden viele längere Clips eingesendet, ich finde eigentlich so längere Clips gerade spannender. Ich könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auch wie ihr es findet, ob ihr es besser findet, so kurze, knackige Clips oder halt auch folgt mal so längere mit zum Hintergrund. Musik Geh... Jetzt geht's. Komm durch den Bogen? Aus der Bogen zerfangen. Nee, ich hab das gerade schon angefangen. Ja, recht... Recht habe ich mehr zu rein. Er war nicht so sicher. Ah, er hat die Stirn. Ey, Leute, die dabei mich jetzt, ne. Ihr habt die Stirn. Oh mein Gott! Clips... Der Beste ist der inkompetenteste Mensch auf der... Ja, macht euch mal Fully-Crew, weil ihr könnt jetzt auch noch gefickt werden, ne? Das ist euch bewusst, oder? Der Kerl ist so dämlich. Kaputt. Hab einen. Nice. Egal, ich hab alles Gold. Ich hab 16 Gold. Der Kerl ist so dämlich. Der Kerl ist auf jeden Fall. Oh, geht ihr auf jeden Fall! Oh, you ain't nobody till you got somebody. You ain't nobody till you got somebody. And I hope I never see the day that you move on and be happy. Without me. Without me. Oh, what's my hand without your heart to hold? I don't know what I'm living for if I'm living without you All my friends, they know when it's true I don't know who I am without you I got it bad, baby, I got it bad Oh, tell me you love me I need someone On days like this I do On days like this Seize the sun Where the love First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired Of the way that things have been Oh, ooh The way that things have been Oh, ooh Second thing, second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail I'm the master of my sea Oh, ooh The master of my sea Oh, ooh I was broken from a young age Taking my soul into the masses Riding my poems for the few That look at me, took to me, shook to me Feeling me singing from heartache From the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Seeing the beauty through the You blew me up, you blew me up Believer Believer You blew me down, you blew me up Believer Believer Oh, you're good to die, man Believer 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und solange es im Clip keinen Vorteil gebracht hat, finde ich auch, dass man diesen Clip einfach verwenden kann, denn MLG-Helper hat einen dort in dieser Situation keinen PVP-lichen Vorteil gebracht und wenn es jetzt zum Beispiel einfach ein One-Stack-Clear ist, wo er danach mit First Rush das Bett holt, dann bringt dieser MLG-Helper in dieser Situation nichts und dann hat das ja rein gar nichts mit dem Clip zu tun, deswegen, MLG-Helper oder sowas, wenn ihr das drin habt, ist es nicht gut. Last ist es verboten. Aber ich werde euch deswegen jetzt nicht aus dem Ranking mit ausschließen, sondern werde auch Clips nehmen, wo Leute mit MLG-Helper spielen, weil es meines Erachtens nach keine schlimme Modifikation ist. Und ja, ich muss jetzt noch kurz ein paar Sekunden reden, damit das Video 9 Minuten 58 ist und jo.